Zoom und da sind wir im Sternensystem ein bisschen zu nah rangezoomt fast. Tag auch Leute, wieder zu Endless Space. Heute ja die große Folge um die Schiffsproduktion. Wir werden, denke ich mal, unsere Schiffe ein bisschen updaten. Da haben wir ja einiges zu tun, während wir erstmal unseren Held hier wieder updaten müssen quasi. Und der kann nur einen Punkt verteilen. Also offenbar scheint das andere doch was mit den Fähigkeiten zu tun gehabt zu haben. Wenn das so wäre, wäre das natürlich richtig krass. Dann sollte man nämlich diese Eigenschaft so schnell wie möglich nur skillen, damit man immer, ja wie soll ich sagen, schön viel Bonis bekommt. Also was jetzt unsere Bonis angeht, wir werden jetzt uns mal die Schiffe vornehmen. Und zwar erstmal nacheinander die Sulu. Die dürfte eigentlich gar nicht mehr in Betrieb sein bei uns. Ich glaube, die werde ich mal rausschmeißen. Kann man das irgendwie hier löschen? Ja, dann hauen wir erstmal die Sulu raus und jetzt nehmen wir uns mal die Trust vor. Da gibt es ja hier dieses Auto-Upgrade-Modul. Das will ich jetzt aber erstmal nicht benutzen, weil ich grade die Waffen ja ganz gerne per Hand ab. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das dann hier aussieht. Es gibt auf jeden Fall jetzt hier neue Container und hier gibt es auch einen neuen. Der ist allerdings ein bisschen schwerer. Das heißt, dass wir den erstmal rausnehmen müssen. Und hier auch unsere ganzen... Ach, ich mach am besten... Ich mach mal komplett von vorne. Und da hauen wir jetzt erstmal hier diesen... Ja, diese dicke Tonnage-Erweiterung rein. Vielleicht gleich mal drei von diesen Schilden wieder. Ähm, ja, wie ihr das kennt, natürlich hier Strahlenwaffen, wie es nur geht. Was haben wir dann? Ist das die Silver oder ist das die Trust? Ne, das ist die Trust 3. Die Trust hatte eigentlich keine Torpedos. Das weiß ich noch. Also fast nur hier. Okay, mit Verteidigungssystem. Sieht's auch schon ganz gut aus. Nehmen wir mal zwei von denen. Dann vier Schilde. Okay, das geht jetzt schon gar nicht mehr. Da müssen wir ein bisschen was rausnehmen. Vier Schilde und... Ja, ich wollte gerade sagen... Vier von den Abwehrraketen. Wobei... Na, nehmen wir mal hier drei. Und wie viel haben wir denn dann? 357 von 362. Vielleicht doch hier ein bisschen von der Panzerung weg. 1952 hat das Gute hier. Aber wir können natürlich einmal Torpedos noch reinmachen. Oder noch ein Schild. 38, ja. Ich glaube, ich mache mal noch ein Schild rein. Weil ich denke mal, der Gegner wird jetzt langsam auch mal so auf den Trichter kommen, dass Strahlenwaffen ja eine gute Sache sind. Bei den Hilfsmodulen, ja, könnte man natürlich jetzt hier noch ein paar andere Sachen einbauen. Vor allem hier vielleicht, nee, zivil, das natürlich überhaupt nicht. Einen anderen Motor. Wobei, das wäre eigentlich eine Sache. Ihr seht ja, das gilt dann hier auch für die Flotte. Das ist eigentlich eine Sache, das würde ich gerne auf dem Superschlachtschiff quasi einrichten. Weil im Idealfall, denke ich mal, sollte jede Flotte dann ein Superschlachtschiff haben. Was klar quasi als Begleitschutz mitkommt. Und bei dem kann man das dann quasi einbauen. Denk mal, die Trust ist so schon ganz gut aufgestellt. Nehmen wir mal die Silver. Und ja, hier machen wir auch erstmal alles weg und rüsten es neu aus. Ich bin schon ein bisschen müde gerade hier. Ich nehme das hier spät in der Nacht auf. Ich habe ja gerade aktuell Ferien. Also in der Zeit, wo ich das halt aufgenommen habe, hatte ich Ferien deswegen lang aufgewiesen. Okay, Tonnage-Erweiterung. Dann hier Torpedos. Plasma-Torpedos, um genau zu sein. Zwei von denen. Zwei Schilde. Und ja, ich wollte eigentlich... Machen wir mal zwölf Torpedos, dass wir nicht ganz so viel haben. So, und vier Raketen-Module, also Defensiv-Module. Jetzt fehlt natürlich genau... Machen wir es so, dann würde das passen. 947. Ist das jetzt ein Upgrade? Ich weiß es gar nicht. Ich mache einfach mal übernehmen und schaume nochmal hier die Silver 2 an. Die Silver 2 gibt es gar nicht mehr. Momentchen mal, wieso das denn? Wieso kann ich mir denn jetzt die Silver 2 nicht mehr anschauen? Habe ich die jetzt auch gelöscht? Ja, hier können wir nochmal schauen. Die Silver... Okay, die hatte 497 Militärstärke oder MS. Und die Silver 3 jetzt halt doch schon viel besser. Und ihr seht mal, was wir jetzt alles nachrüsten müssen. Das wird jetzt richtig teuer. Und wir können ja einfach mal alle Flotten durchgehen. Und ihr seht mal, dass sich das jetzt, das Geld, was wir uns angespart haben, ganz schnell wechseln wird. Wir werden hier mal nachrüsten drücken. Hier nachrüsten. 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 Also nachrüsten, wo es nur geht. Und ihr seht, ich habe kein Geld mehr und hätte noch fast drei Flotten. Das kann nur heißen, dass wir jetzt unsere monatlichen Beiträge wieder erhöhen müssen hier für unsere Bevölkerung. So, dass wir dann nochmal ein paar Upgrades machen können. Jo. Und ich freue mich schon auf die neuen Befehlspunkte. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr stark. Aber ja, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Jetzt müssen wir uns eigentlich nochmal an den Krieg irgendwie setzen. Und zwar hier gegen den Blauen hier oben. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Und hier dieses Neckar, dieses System wie der deutsche Fluss hier. Ist natürlich der Wahnsinn hier mit diesen weltlichen Artefakten. Vor allem, die das schon vergessen haben, ich zeige das nochmal. Die bringen quasi den, einen enormen, ja, jetzt geht es hier mal wieder weg, Forschungsboni. Plus 20 Forschung für das gesamte Imperium, wenn man hier 4 plus von den weltlichen Artefakten hält. Also das sollte man auf jeden Fall irgendwie holen. Und mit der Möglichkeit quasi da sofort reinzufliegen. Beziehungsweise mit so einer Art, ja, Warp-Antrieb. Also dass man sich hier nicht an die Sternstraßen halten muss. Könnte man da schnell alles übernehmen. Hm. Hier auch wieder fertig. Oh, die Midway dauert halt ewig. Aber ich glaube hier können wir noch so 2, 3 andere Sachen bauen, bevor wir dann richtig loslegen. Was ist denn dieser Apfel hier? Ja, ihr könnt es glaube ich selbst lesen. Gibt Einflussbereich für das Sternensystem. Also eine Forschung, die ich bis jetzt nie so richtig, ähm, benutzt habe. Ne, dann machen wir danach wieder Silver und Trust. Und auf Schengen das gleiche Problem. Da ist auch schon alles da irgendwie. 193. Wie sieht's denn? Achso, ich habe jetzt hier unten das nicht erforscht. Das könnten wir vielleicht auch mal machen. Da kriegen wir nämlich mehr Geld. Und das Sparschwein hier hinten ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, erhöht die Dastproduktion. Plus 15. Wobei wir eigentlich so viel Geld haben. Und in ein paar Runden müsste dann unsere Flotte auch abgedatet sein, wenn wir halt wieder genügend Geld haben. Da haben wir irgendwelche anderen Sternensysteme ohne Produktion. Ja, Schengen, okay. Machen wir jetzt mal Ressourcenumwandlung. Wieder in... zugunsten der Forschung. Ja, und wie viel Potenzial da noch steckt, wenn man so viele Flotten, die wir hier im System quasi versenkt haben, also in den Hangar quasi geschickt haben. Die müssten wir auch noch alle upgraden. Wie sieht das denn aus, wenn wir die Steuern mal richtig erhöhen für vielleicht zwei, drei Züge? Hier mal so auf 1500 vielleicht. Oh, das ist... Das war eine schöne Übersicht hier. Fünf Sternensysteme haben alle hier quasi Schiffe produziert. Ja, die haben sich ihre Einstellung ein klein bisschen geändert. Und die bieten uns jetzt an, dass wir hier mit denen eine Allianz bilden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und damit vielleicht den... den Orangenspieler auslöschen. Aber was anderes kann das ja quasi nicht sein. Und ich glaube fast, das machen wir mal. Weil mir fällt auch mal so ein, das Spiel, denke ich mal, guckt sich jetzt auch nicht mehr ganz so spannend an, wenn jetzt wir uns hier als nächstes ihn hier vornehmen. Wobei er, denke ich mal, wird stärker sein als die Seah. Der hat hier ein paar richtig gute Systeme. Aber ich glaube, wir machen das mal mit der Allianz. Das ist einfach nur, dass es vielleicht auf einen großen Endfight hinausläuft. Wir gegen den großen Übermächtigen. Wobei der große Übermächtige bin ja eigentlich ich gerade. Und die Seah haben wieder eine Flotte gebaut. 804 Befehlspunkte. Militärpunkte meine ich. Und ja, unsere Flotte hier, die haben wir schon abgegradet. 18.000 ohne Held, wohlgemerkt. Super stark. 18.000 ohne Held. Wow. So, 397. Hier könnten wir eigentlich mal ein paar Midways bauen hier unten. Oder auch auf Artemis. 522 Produktionen. Ja, komm. Also 8, äh... 8 Midways können sich schon sehen lassen. 2 Runden noch bis zu den Befehlspunkten. Updates. Ich muss gleich mal schauen, was man hier mit Diplomatie vielleicht noch machen könnte. Vielleicht kann man ja irgendwie dem anderen den Krieg erklären. Das werden wir natürlich erst machen, wenn wir unsere Schiffe noch ein bisschen mehr sortiert haben. Oh, ist jetzt uns gegenüber herzlich eingestellt. Früher nur neutral. Also die wissen, wie der Hase läuft. Und... Hier bauen wir auch nochmal zwei Midways. Okay, Geld ist auch da. Können wir hier die... Die nächste Flotte nochmal nachrüsten. Hier zum Beispiel. Und für die nächste ist schon wieder kein Geld mehr da. Man kann auch hier, wenn man will, anteilmäßig nachrüsten. Wenn man quasi, so wie ich jetzt... Nicht den vollen Betrag zahlen kann, kann man hier auch sich so wild durchklicken. Äh... Ist ganz nett. Bringt, denke ich mal, was für eine akute Notlage. Allerdings sollte man... Oder rate ich immer, die kompletten Sachen abzugraden. Man kriegt jetzt keinen Mengenbonus. Das, äh... Ist nicht der Fall. Aber ja, man... Die Übersicht ist dann ein bisschen leichter. Wir checken jetzt mal unsere... Diplomatie-Option, die wir hier... Machen können. Kooperationsabkommen. Was ist das denn? Ach, das war das mit dem Handel hier. Okay, Dust-Handel. Wir können hier noch, ähm... Technologie tauschen. Das haben wir ja auch im Spiel überhaupt nicht gemacht. Grenzöffnung, Antimaterie. Ja, Kooperationsabkommen. Wir können ihm nicht erklären, dass er den Krieg erklären soll gegen hier. Die anderen. Die haben aber auch keine Allianz. Das ist schon mal gut. Also... Der hat einfach nur Frieden mit allen. Und wir haben eine Allianz. Also, das sollte man... Sollte mal schauen mal, ob wir... Müssen mal gucken, ob wir das ausnutzen können. Noch ein Zug. Und... Ich weiß nicht, ob ich hier Angst haben soll von den Sehern hier unten. Hm. Also, komplette Flotte brauche ich unten auf jeden Fall nicht. Da kann ich schon einen Teil wieder hochziehen. Ich sage mal Trust, Trust, Silver, Silver. Und dann machen wir jetzt mal hier eine neue. Ja, 7000 reicht locker. Und dann nehmen wir hier die... Die andere Flotte und ziehen die mal hoch. Zu Cran. Und da steht die taktisch gut. Jetzt müssen wir uns mal hier gerade den orangenen Spieler mal so taktisch ein bisschen anschauen. Um mal abzuchecken, wo hier die interessanten Systeme liegen. Also, seine ganz großen Highlights. Auf jeden Fall hier Kochab. Oder Kochab. Ein sehr, sehr gutes System. Janus. Sehr, sehr gut. Da sind wir auch direkt dran. Und hier auch Sable oder Sabel. Riegel hier hinten. Das kennt man ja auch aus Enterprise. Das berühmte Riegel-System. Ich will gar nicht wissen, wie viele Folgen es da gab. Wo immer hier Gefahr auf Riegel 3 oder so, glaube ich, gab es auch mal eine Folge. Ja, und hier hinten. Das sind ja alles hier Planeten vom Amöben-Kollektiv. Also, den dunkelgrünen Spieler, der mal am Anfang dabei war. Gegen den ich ja auch mal ein bisschen mich so üben wollte im Krieg. Aber dann war der schon ausgelöscht, als ich ankam. Oder als ich es mir überlegt hatte, anzukommen. Anzukommen, genau. Anzukommen. Anzugreifen besser vielleicht. Und wir werden jetzt hier mal unsere Flotten wieder mal so ein bisschen wieder neu aufstellen. Und mal etwas in Position bringen. Hier auf Neroth. Oschi hat auch schon was gebaut. Oschi finde ich einfach einen zu genialen Namen für ein Sternensystem. Genial wäre es dann, wenn man auf Oschis dann noch hier die Midway produziert. Das sind dann richtige Oschis. Auf Lynx. Was auf Lynx fertig? Okay. Die schicken wir auch mal runter. Und Mirza hat jetzt die Midways gebaut. Ich glaube es gar nicht. Die dicken Schiffe. Und da schicken wir die auch nochmal hier durch das Wurmloch zurück. Und die Midways, die könnten wir glaube ich noch updaten. Die könnten mal ein richtiges Redesign benötigen hier. Und da mache ich auch mal alles raus. Wow. Ja, da muss man richtig viel klicken. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo einen Clear All Button. Und ich drücke hier einfach drauf. Also auf jeden Fall machen wir hier mal. Es gibt halt immens mehr Hitpoints, wie ihr seht. Ich würde mal sagen, sechsmal dieses reflektierende Bewährung rein. Dann hier natürlich den Tonage-Bony. Ja, gegen Deflektor-Waffen, da brauchen wir eigentlich fast nichts mehr. Dann hier fünf und fünf Schilde. Oder auch vier Schilde. Schilde sind ein bisschen besser. Und hier Strahlenwaffen. Und wie sich das gehört. Vielleicht doch noch ein bisschen hier die Defensive erhöhen. Und ja, Torpedos. Da sollten aber eigentlich zehn reichen. So würde ja fast passen hier. Ja, machen wir es so. 2024 HP. Damit kann man leben, denke ich mal. Ist zwar nicht so super gut, aber ich hoffe einfach mal, dass der hier die Midway 2 quasi alles abschießt, bevor da überhaupt jemand in Reichweite kommt, um die gute Midway abzuschießen. Ob das dann wirklich passieren wird mit der Midway und dem Abschießen. Und ob vielleicht unsere, ja, Bismarck, unsere eigene Bismarck, sag ich mal, um den Vergleich zum Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Wobei Kriegsschiffe sind ja auch gerade nicht so ein schönes Thema. Aber die Bismarck ist so eine Sache, die ich mal ein bisschen verfolgt habe, was da genau passiert ist. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann wieder auch mehr Storys von der Bismarck oder einfach in die Comments. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.